Meditation Setze Dich für die Meditation in einen für Dich bequemen, kreuzbeinigen Sitz. Gerne auf den vorderen Rand eines Kissens, sodass Dein Becken leicht nach vorne kippt und sich Deine Wirbelsäule aufrichten kann. Schließe Deine Augen und bringe Deine Aufmerksamkeit zu Deiner Atmung. Achte darauf, dass Dein Rücken ganz gerade ist, Schultern leicht zurückgerollt, Kinn sanft zur Brust gezogen, Stirn, Kiefer und Arme ganz locker und entspannt. Deine Hände ruhen auf Deinen Knien. Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft im Chin Mudra. Das Chin Mudra, auch Jhana oder Om Mudra genannt, ist ein Symbol des Friedens und der Ruhe. Durch die Berührung des Daumens mit dem Zeigefinger werden der Kreislauf, das Nervensystem, der Tastsinn und das Gehirn stimuliert. Bei regelmäßiger Praxis steigert es den Intellekt, die Konzentration und wirkt hilfreich gegen Schlaflosigkeit und Depression. Wende Dich Deinem Atem zu. Beobachte Deinen Atem, ohne ihn zu verändern. Begleite Deinen Atem, spüre wohin er fließt. Begleite ihn mit Deiner Aufmerksamkeit. Sollte der ein oder andere Gedanke auftauchen, so nimm ihn wahr und lasse ihn los. Komme immer wieder mit Deiner Aufmerksamkeit zurück zu Deinem Atem. Begleite Deinem Atem. Mit Deiner Aufmerksamkeit. Randy Mod そう ist ein Pilot reste in Wasser aufmerksamkeit. Die Leute Atem der Atem mit deiner Aufmerksamkeit. Begleite Deinen Atem. Die Männer aufmerksamkeit und вол나 langchen Einflussunnen. Begleite Deinen Atem. Untertitelung des ZDF, 2020 Lenke nun Deine Aufmerksamkeit auf Deine Wirbelsäule. Gleite mit der Einatmung vom Steißbein über den unteren, mittleren, oberen Rücken, Nacken und Hinterkopf bis zum Scheitelpunkt Deines Kopfes nach oben. Und mit der Ausatmung vom Scheitelpunkt Deines Kopfes ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten in Dein Steißbein. Musik 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 Spüre Deinen Herzschlag. Atme nun drei bis fünf Herzschläge ein und drei bis fünf Herzschläge wieder aus. Versuche Deine Ein- und Ausatmung gleichlang zu gestalten. Wenn Du Deinen Atemrhythmus gefunden hast, komme mit Deiner Aufmerksamkeit wieder zu Deiner Wirbelsäule. Musik 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 gjennon Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vertiefe nun wieder Deine Atmung, komme langsam zurück in Deinen Raum und genieße die Ruhe und die Weite in Dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020